Das ist ein Vieh Komm ruhig her Hihihihi Wow, 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 das sind zwei Ich wollte jetzt sagen, dann tue ich mich an das eine mal ran wagen, aber wenn das zwei sind... Alter, die haben aber noch eine gewisse Wucht die Dinger Na komm her Zeig dich Wo ist die beiden? Alter Einer soll kommen Boah, sind die Dinger krass, ey Ähm Hier, okay Jui Wow, wow Na, dann bewegen wir uns mal in Richtung Na, klasse So und viel genau vor der Haustür Ich habe natürlich auch keinen Eingang gelassen Lass mich ein Und lasst mich hinter Oh, cool Sehr cool, sehr cool So, dann gehen wir mal hier durch Und holen uns schon unser Zeug wieder Oh 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 Oh, das ist mich gerade noch so erwischt, so ein bisschen. Okay, gut. Gehe ich mal wieder hierher. Jetzt habe ich fünf Orangen, das ist erstmal ziemlich gut. Dann tue ich mal das Amporosium hier rein. Ne, warte mal, ne. Der Zeug kommt immer noch hier rein, so. Dann kommt das hierher. Diesen Trauben hebe ich mir hier auf. Ambrosium Chart kann ich hier reinlegen. Tja, ich bin nur noch überfragt, wie der Ambrosium will es insgesamt machen, außer jetzt fackeln. Es ist entscheidend zu mehreren Dingen gut, aber ich weiß es nicht genau zu was. Also wir haben jetzt mittlerweile, haben wir den Ambrosium Table gemacht. Ähm, ja, ich bin echt überfragt. Ich habe mal noch versucht ein bisschen... Äh... Sanit zu finden. Ja, das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz... Äh, das ist ja wie Eisen, also ein ziemlich nützlicher Rohstoff. ... Warum hätte ich davon gerne noch ein bisschen was? Wenn ihr versteht, warum ich das meine... Wie ich das meine... Wie ich das meine... Wo kommt das jetzt her? Naja, okay, gut, dann... Halt nicht, äh, ich geh mal hier... Ist auch so ein Dungeon. Es wird wohl nichts drumherum führen, dass ich mal wirklich... rausgehe... Ich könnte mir mal ein bisschen... Sanit und Ambrosium besorgen, weil das findet man auch ziemlich gut an der Oberfläche. Da führt wohl kein Weg dran vorbei. Äh, an diesem Ding führt aber leider auch kein Weg vorbei. Okay, zu nah dran sollte ich mich nicht wagen. Ich würde auch gerne die Insel ein bisschen entdecken. Der Moment scheint mich ja ausnahmsweise keiner zu verfolgen. Ausnahmsweise. Da haben wir auf jeden Fall noch... Oh, geil. Oh, das war so klar. Wie viel ist da einmal was cooles? Und da kommen sie in Massen an. Okay. Einer ist down. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Oh. Drei Stück noch. Vier! Einer noch. Wo ist er? Da ist einer. Da ist einer. Okay, ich wage es. Seht ihr, wie viele das davon gibt? Das ist echt krass. Du kannst mir die ernsthafte Befürchtung. Das waren noch nicht alle, habe ich mir doch gedacht. Wie schnell die auch... Oh, das ist ja geil. Oh, das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Eine Wolke. Ich habe eine Wolke gefunden. Mitten auf der Insel. Sehr schön. Die sind ja richtig. Schöne. Da kann ich auf jeden Fall mir einiges holen. hahaha sehr geil wolken haben wir haben nämlich auch keine falsche an das ist sehr geil kann man sich wollten kleidung machen das ist ja natürlich auch cool ich muss gestehen ich weiß es nicht werde ich mir davon einiges holen ist am besten links um eine wohnung platzieren das zeug dann kann ich mich wenigstens rings um meine wohnung kein falscher mehr bekommen ok ich merke trotz anfänglicher schwierigkeiten wenn man ein bisschen im ever war ein paar mal gestorben ist geht es dann eigentlich doch recht gut muss er wirklich irgendwie sich rüstung schnell beschaffen ich glaube rüstung ist immer das a und o und diese wolken und diese wolken ist das da das habe ich schon mal gesehen du kommst auch mit hier gibt es noch ein paar wolken nehme ich natürlich alle mit komplett wie sie sind da ist eins kann es sein dass ich schon langsamer geworden bin aua habe ich zu viel dabei gibt es das hier na klasse ok und dann bist du dann ok so ganz kurz eine workbench machen kein schwert mehr ist ganz schlecht hier hoffentlich lassen sie mich wenigstens bis ich ein schwert habe wieder in ruhe natürlich nicht stirb 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 ich werde was ausprobieren und zwar wenn man fliegt ich dachte irgendwie kürze alter das gibt es doch nicht die vier sind du kriegst ja nicht agressionen bei den dingern das heißt den gesamten weg bis dahinter noch mal und die ganzen wolken holen alter schwede ist das was das hier bitte ist man du kommst ja nicht auf die insel heil ohne zu sterben alter ist das wahl also ist es wahl das ist die qual der wahl ha 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 qualwahl ein qualwahl ein qualwahl ein qualwahl okay äh ich muss jetzt ganz schnell dahin finden bevor die wolken verschwinden weil die lasse ich definitiv nicht zurückkommen was wolle da ist die Giste oh geil dankeschön und zurück und zurück 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 da hinten ich seh es ich seh es ich seh es ganz schnell aber das war so klar ich lasse mich wenigstens in meine wohnung rein wenn ich kurz davor stehe ich habe wolken ich habe wolken ich habe wolken sehr schön jetzt kann ich sowas bringe ich alles weg hier moment das kommt weg das behalte ich das behalte ich ich was ich schotter perl sieht irgendwie so aus wenn ich damit wolken färben könnte ich keine ahnung wie ich drauf gekommen bin oder vielleicht so vielleicht kann ich ja es sieht so aus wenn man irgendwas färben kann vielleicht einen weißen apfel damit ich ihn essen kann moment da war eine schaufel drin die nehme ich natürlich und die bäume platzi ich noch kurz dann nehme ich mir hier die früchte mit und euch nehme ich mir mit und euch nehme ich mir mit sehr geil was ist am besten was ist sogar noch die hälfte hier alter bist du ich 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 hause die dinge richtig gut kommt ich irgendwie wolkenklamotten machen kann hilfe lass mich verschwindet ich will nicht mehr naja wenigstens unsere feste